Als Mitte März bei der P2P-Plattform Groupier die Probleme losgingen, es wurden keine Zinsen mehr gezahlt und die Kommunikation hat auch nicht stattgefunden, war das Ergebnis verärgerte Investoren, die ihr Vertrauen in eine Plattform verloren hatten. Jetzt, knappe zwei Monate später, hat sich Groupier mal wieder zu Wort gemeldet und legt nun einen mehr oder weniger konkreten Plan für die Zukunft offen. Und in diesem Video möchte ich einfach mal über diesen Plan sprechen, was das genau für die Plattform und für uns Investoren heißt und wie meine Einschätzung zur derzeitigen Lage jetzt ist. Und damit Hallo und Willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir jetzt mit diesem Video hier richtig anfangen, würde ich dich doch bitten, den Kanal zu abonnieren und wenn du es nicht schon getan hast, auch die Glocke zu aktivieren, dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um das passive Investieren mit ETFs und P2P-Krediten und ich verrate dir die besten Finanz- und Spartipps. Verpass also keine weiteren Videos mehr, hau den Abo-Button und die Glocke und dann freue ich mich, wenn wir es auch beim nächsten Video wiedersehen. Legen wir mit diesem Video jetzt aber mal richtig los. Für P2P-Investoren war das Jahr 2020 bisher wirklich keine große Freude. Schon zu Beginn hatten wir zwei Plattformen, nämlich Investio und Kützal, wo sich herausgestellt hat, alles nur ein großer Fake, ein Scam gewesen. Die Plattform gibt es nicht mehr und die Investoren sind ihr Geld los. Und auch im Zuge der Pandemie hat sich eine weitere Plattform so ein bisschen in diese Richtung bewegt und es ranken sich viele Gerüchte um Groupier. Denn hier gibt es seit Mitte März keine Zinsen und keine Auszahlung mehr und neuerdings können sich auch keine neuen Investoren hier anmelden. Und das Beste an der ganzen Sache, Groupier hat eine sehr schlechte Kommunikation nur an den Tag gelegt und so ranken sich jetzt eben die verschiedensten Gerüchte. Jetzt gibt es ein neues Update vom CEO Alakizika persönlich und ich möchte heute mal auf dieses Update eingehen, was das konkret für die Zukunft von Groupier heißt und meine Einschätzung dazu. Wer direkt ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu der gesamten P2P-Krise in Corona-Zeiten und auch zur Plattform Groupier hier konkret haben möchte, dem empfehle ich zwei Videos von mir. Ich verlinke es euch oben in der Infokarte, noch unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne mal aus, dann muss ich mich jetzt hier nicht doppelt und dreifach wiederholen. Und dann kommt ihr einfach, wenn ihr es geguckt habt, wieder hierher und seid auf dem allerneuesten Stand der Dinge. Fangen wir doch direkt an und gehen trotzdem noch einen kleinen Schritt zurück. Und zwar vorher stand ja so ein bisschen im Raum, dass Groupier einige Kreditanbahner erfunden hat und auch Unstimmigkeiten bei der Besitzstruktur haben sich irgendwie ergeben, was an sich ja schon ein großes Problem ist und bei vielen Investoren für Misstrauen gesorgt hat. Und im Zuge der Nichtkommunikation durch Groupier während der ganzen Pandemie derzeit hat sich das natürlich nicht verbessert. Was hat Groupier natürlich als erstes gemacht? Man hat es kostenreduziert, sprich Mitarbeiter entlassen, Büros geschlossen und die Ausgaben fürs Marketing im Prinzip auf Null gefahren. Und die ganzen Schwierigkeiten, die sich hier besonders ergeben haben, sind auch durch das Geschäftsmodell von Groupier bedingt das Währungsrisiko, das sich hier vor allem in Russland und Weißrussland ergeben hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, was derzeit da herumschwirrt, insbesondere wenn man beachtet, dass die Konten wohl eingefroren sind und man steht da zwar in Kontakt mit den verschiedenen Banken, aber dementsprechend ist es derzeit nicht möglich, Zahlung an die Investoren und von den Kreditanbahnern eben zu erhalten. Und hierzu hat man auch mal eine Grafik aufbereitet und da kann man ganz klar erkennen, auf der eigenen Website ist das hier, verlinke ich euch auch nochmal gerne. Im Juni soll es wohl konkret weitergehen, da möchte man dann diese Beratung mit den Banken abgeschlossen haben und da soll es dann konkret eben weitergehen. Da mal die Frage an euch, wie denkt ihr eigentlich, geht es bei Groupier weiter, kriegen wir dann wieder im Juni Zinsen. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da was in die Kommentare schreibt und wir uns da ein bisschen austauschen können und ihr einfach eure eigene Erfahrung und Meinung dazu in die Kommentare haut. Des Weiteren bemüht sich Groupier weiterhin um den Erhalt einer Brokerlizenz. Das ist auf jeden Fall trotz der derzeitigen Krisensituation sehr schön zu hören, dass man da anscheinend trotzdem weiter dran ist, denn das schafft natürlich auch Vertrauen und eine regulierte Plattform in einem unregulierten Markt ist auf jeden Fall ein weiterer Pluspunkt. Des Weiteren möchte man das Risikomanagement, ich übersetze das einfach jetzt mal frei mit Risikomanagement und das generelle Auswahlverfahren und die Prüfung der Kreditgeber eben in der Zukunft weiter verbessert werden. Das also so im Groben, was da in der E-Mail steht und schauen wir doch mal auf den Blog und da können wir sehen, da steht eigentlich in dem Blogbeitrag 1 zu 1 genau das Gleiche. Und das ist auch schon der erste Kritikpunkt, den ich hier habe, nämlich, das ist irgendwie genau das Gleiche und auch das veröffentlichte Video dazu, das ich hier euch auch verlinken werde, das ist irgendwie auch exakt im Prinzip die genau gleiche Information und da hätte ich mir doch vor allem für diese E-Mail oder für irgendeine Form, vor allem weil die E-Mail ja auch direkt an die Investoren verschickt wurde, insbesondere da gewünscht, wenn man vielleicht die ein oder andere extra Information mit reingehauen hätte, das wäre einfach schön gewesen. Ich habe ja Groupia damals als weitere Plattform in meinem P2P-Portfolio aufgenommen, vor allem zur Diversifikation. Einerseits hat man hier eben ein anderes Geschäftsmodell, auf den großen Plattformen wie Mintos sind eben vor allem Konsumentendarlehen, die im Fokus stehen und hier bei Groupia haben wir eben Immobilien- und Businesskredite. Also für die Diversifikation des P2P-Portfolios auf jeden Fall eine sehr schöne Sache gewesen und auch die Rendite ja von so 13-14% von der es da immer auf der Website hieß, das lässt sich auf jeden Fall sehen, insbesondere nachdem wir auch bei Mintos teilweise einen Drop der Zinsen hatten, ja von knapp unter 10% tatsächlich auch. Was denn jetzt konkret an den Versprechen und an den Plänen von Groupia dran ist, das ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also als ich die E-Mail das erste Mal überflogen habe, muss ich sagen, war ich doch eigentlich ganz happy mit der Ansage und mit den Dingen, die da geschrieben wurden. Aber je öfter ich es mir durchgelesen habe, desto mehr habe ich irgendwie das Gefühl bekommen, das sind alles irgendwelche Sachen, die sie schreiben mussten und schreiben wollten, um ihren Investoren, wo man sich natürlich auch sehr entschuldigt hat für die schlechte Kommunikation, irgendwie einfach ein Gefühl von Information und Sicherheit zu geben, dass sich was tut und ob sich was tut, das ist dann eine ganz, ganz andere Sache, zumal man ja auch seit Ewigkeiten eigentlich hinterher sein möchte und einen Zweitmarkt anbieten möchte und das auch mehrmals kommuniziert hat, aber bisher da immer noch nichts passiert ist. Insofern, was die Versprechen und die dann konkrete Umsetzung bei Groupia angeht, kann man sich so einige Sorgen auf jeden Fall machen. Man ist also derzeit noch relativ machtlos eigentlich, was sich dann wirklich passiert. Ja, das wird sich dann auf jeden Fall zeigen. Im Juni soll es hier konkrete Ansagen geben. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, denn ich möchte hier mein Geld auf jeden Fall natürlich gerne wiederhaben und dementsprechend dann, zumindest ist das mein jetziges Gefühl, auch gerne von der Plattform abziehen, denn dieses Krisenmanagement, was Groupia da bisher getrieben hat, dann bin ich überhaupt nicht einverstanden, bin ich echt sehr, sehr unglücklich mit und werde mich nach einer anderen Möglichkeit umsehen, wie ich das Geld dann hier sinnvoll investieren kann. Als letzte Sache, die so ein bisschen dem Ganzen die Krone aussetzt, finde ich einfach, dass wir, ja, sind wir jetzt bei Groupia oder bei Groupia? Ich weiß es nicht. Sagt ihr mir doch einfach mal, was ihr von dieser Sache haltet. Ich finde, das ist einfach ja eine kleine Peinlichkeit, die passt einfach so ein bisschen in das Bild und ich bin gerade wirklich sehr, sehr hin- und hergerissen. Ich weiß einfach nicht, was ich von der jetzigen Situation richtig denken soll. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was eure Meinung ist und euer Plan sollte es dann tatsächlich dazu kommen, dass wir im Juni vielleicht, ja, die Banken wieder öffnen und Groupia uns wieder Zinsen zahlen kann. Ich verlinke euch alle Sachen, die ich erwähnt habe und die wichtig sind hier auf jeden Fall unten auch in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann verpasst ihr auch keine weiteren neuen Videos mehr, wenn ihr die Glocke anhaut. Ich freue mich, wenn ihr dann also auch beim nächsten Video dabei seid. Das soll es bis hierhin gewesen sein. Ciao.